Es wurde dann mal wieder Zeit in Würselen zu sein. Ich brauche auch diese Erdung immer wieder mal. Und hier, wo mich die Leute mögen, wo ich empfangen worden bin, mit Martin rufen. Wenn ich so normalerweise in ein Geschäft gehe, das ist lange nicht mehr so. Und ich kann es ja auch verstehen, das Vertrauen in die SPD. Wir haben auch an vielen Punkten wirklich richtig Scheiße gebaut. Das habt ihr Martin! Ja, das muss man mal so krass sagen, so wie es ist jetzt. Aber wir ändern uns und es gibt andere Zeiten. Ich bin lehrfähig. Und ich sage euch auch, Sozialdemokratie, die wird sich radikal ändern. Ich habe Fehler gemacht. Und dafür, dafür entschuldige ich mich, ganz ehrlich. Ich habe so das Miteinander für die Menschen verloren. Das, was hier stattfindet, das macht mich glücklich. Ihr kämpft für die Rechte, für die Arbeitsrechte, für Mona. Ihr werdet ja alle mich lieben. Ich werde euer Martin sein. Ja, ja, Hartz IV, Freunde, das waren wir von der SPD. Okay, da haben wir mal so richtig die Scheiße gegriffen. Ja, das muss man mal so drastisch sagen. Aber ich habe euch gesagt, heute wird sich alles ändern. Und die Sozialdemokratie wird sich wieder um Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen, Rechte kümmern. Kollegen und Kollegen, wir haben uns einseifen lassen, komplett, von Lobbyisten, von Politikberatern. Wir werden die Hartz-IV-Gesetzte revidieren und komplett überholen. Im Sinne, im Sinne der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, Kollegen und Kollegen. Die SPD wird wieder zur Schutzmacht der Lohnabhängigen. Die SPD wird wieder zur Schutzmacht der Lohnabhängigen.